Welcome to Mr. Hilo! Hey, weißt du, seit langem wieder ein Game durch ein Sturmgewerb, meinst? Boah, ey, diese Laserschwerter, geh mir grad so auf den Sack. Also, ja. Vor allem, wenn du halt brauchst, musstest du halt holen, das Ding. Vor allem, wieso können die denn nicht die Laserschwerter reindrinnen lassen, aber trotzdem aus den Kisten vielleicht auch eine Waffe rausgeben? Ja, true. Sobald in irgendeiner Kiste... Nein, da kommen keine Waffen raus. Sobald in irgendeiner Kiste ein Laserschwert drin ist, ist auch keine Waffe mehr drin. Ja, das Laserschwert ist doch die beste Waffe. Ja, am Arsch. Oder, ey, wenn das der Obi-Wan hört, du. Oh, ich wollt grad sagen. Was ist denn da bald gehört, ey? Obi-Wan kriegt's ja auch hin, unendlich viele Schüsse zu blocken. Und hört dann nicht einfach zwischenzeitlich mal kurz auf und wird dann abgeballert. Ey, das ist ja Obi-Wan, du bist ja nicht Obi-Wan. Ja, aber vielleicht wär ich's gerne. Ich würde vielleicht mal annähernd Obi-Wan. Mehr Obi-Wan als du. Ich bin weißer. Weißer? Ei, ei, ei. Der Herms hat keinen Bock auf den Chillsprinkler. Doch, machen wir grad. Wir haben keinen Bock auf dich, deshalb stehen wir hier alleine. Also, sharing is caring. Genau. Okay. Ist okay. Was hab ich denn noch so für Dailies? So. Eine Sounddatei für alle. Was soll ich jetzt machen? Ich sah nicht wieder so zurück hier. Zählt es jetzt als Gebäude in Brand gesetzt, oder? Ne. Wahrscheinlich schon. Leckt mich doch am Zückerli, ey. Leckt mich doch am Zückerli, ey. Leckt mich doch am Zückerli. Ja, wir haben da recht. Tja, der Herms hat im Gatling sieht zu krank aus, der Fisch mit dem Weg. Mit seiner, du setzt in mir. Alter. Mit seiner, mit seiner komischen Käppi da. So haust du in der Kanone, oder? Bei mir? Weiß ich nicht. Sitze ich eigentlich nicht. Okay. Bei mir sitzt du genau in mir drin. Ich hab pervers. Ja, also. Oh, Stut. Oh, vor uns, vor uns, vor uns. Oben, Norden. Hier auf dem Berg oben. Kloppsi. 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 Vielleicht hätten wir da mal noch nach nem... Warte mal, stopp! Ne, ich würd halt mal gern noch nach nem Schweißbrenner suchen. Mach das. Siehst du eigentlich? Ja, ne, aber da wären noch Kisten. Na egal. Voll ganz schlecht. Ja, da sind plötzlich keine mehr. Boah, was ist das denn jetzt hier? Ah, neuer Gegner, neuer Gegner, neuer Gegner! Jake-Oper schießt. Wo denn? Ah! Boah! Kann doch. Wöder, schon passt. Wöder, schon passt. Stopp! Wir sind weg. K7 billig. Damit kann ich ganz gut schießen, so. Nix gefunden hast. Ich hab mich so noch früh. Passt du ne... Ah! Ah, du alter Schlawiner, du! Der Typ, du! Einfach! Den kann man checken. Da unten. Ah, da. 70er-Hit. Wurde gerastet. Herms. Wurde gerastet. Jetzt wird auf uns geschossen. Da la fliegt einer. Ja. Jetzt hast du ne Herms nicht mitgenommen. Achso. Okay, okay, okay. Ich kann eh nichts machen von der Seite, also. Da lauf ich lieber. Respo's. Ja. Keine Aftung. Keine Aftung. Einen down. Mhm. Herms, was gut? Herms, schießt noch auf jemanden? Ja, Spaß. Vor, vor, vor. Dreh um, komm. Ja, das ist nicht so leicht, wenn das Ding so doof ist. Da liegt er. Ah, no! Der da drin ist völlig uninteressant. Ich sag fünfmal, er ist da drin. Der steht bei uns drauf! Ja. Hab ihn schon. Ich dachte, du meintest den Toten und hättest ihn schon gegrillt. Der Tote ist geil. Boah, ich verste... Ja, ich check's manchmal nicht. Ist doch jetzt alles gut. Ich hab's wirklich nicht gerallt. Ist ja gut. So, jetzt sind wir bei 100. Ja. Let's go! Gegner, hier. Auf diese Formation entfahren. Da drüben wurde gefightet, da fliegt einer. Wo kommt er? Ah, okay. Ich zieh hier, blöder Bau. Ist runtergefallen. Ist runter, hier unten. Hier drüben. Vorsicht, das war. 120er. Der ist in der Zone jetzt gleich. Gut, wo 30er? Der ist in der Zone gleich. Schauen. Gut. Ja, so ist doch... War nicht so schlecht hier. Ja, das ist besser. Ja. Es sind noch vier Gegner. Mhm. Wo? Fahr da nicht hoch. Oben links? Mhm. 35er Hit. Shield Hit. Die fighten da. Ja. Am ersten... Hier kommt einer. Hier, hier, hier. 35er. 35er. Einer ist in dem Busch. 69er. Der letzte ist der letzte. Dillin, komm an. Es ist... Yes! Triumphalus Trio! Endlich mal wieder funktioniert, ey. Schönes Ding. Auslles. 200er. 2 Menschen. 2 Menschen. Fix scanning Chrysland. sehr,omorphos! Untertitelung des ZDF für funk, 2017